Wir haben hier das Samsung Serie 3 300V 3A. Das Gerät hat ein mattes Display und 13,3 Zoll. Verbaut ist eine NVIDIA GeForce GT520M. Es soll mit Core i3 der zweiten Generation sowie Core i5 der zweiten Generation kommen. Und zwar demnächst reise ab 7,99. Ansonsten ist es sehr robust gebaut. Man kann hier kaum was eindrücken. Die Außenseite ist umrahmt von einem silbernen Streifen. Hier sind die Lüftungsschlitze. An der Seite gibt es Anschlüsse HDMI, USB, Mikrofon und Lautsprecher sowie VGA. Und auf der anderen Seite ist das DVD-Laufwerk sowie weitere zwei USB-Anschlüsse. Okay, hinten ist kein Anschluss. So sieht das Gerät aus. Es ist matt, leicht gebürstet. Sieht sehr edel aus. Das Samsung Serie 3 300V 3A. Ja, das ist das Stück in der letzten Szenario. Untertitelung des ZDF, 2020